Und in der zweiten Hälfte packte der MSV dann noch ein bisschen mehr Leidenschaft drauf. Arjani und der eingewechselte Geert. So macht es ein echter Mittelstürmer. 2 zu 2 in der 62. Minute. Mit gutem Temperament arbeiteten sich die Gastgeber zurück ins Spiel gegen den Tabellenführer. Ausgleich für den MSV.